So liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag und wir machen heute weiter mit dem letzten Synchronisationspunkt, der könnte ein bisschen knifftiger werden, weil da ein bisschen sehr viel Vereinigungsgebiet ist, aber kann natürlich auch funktionieren, dass da uns wieder Glück haben. In der letzten Folge haben wir die letzten Synchronisationspunkte geholt und, 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 wir haben, äh, ein Läuter aus Black House. Moinset! Es war gut, dass der sich jetzt nicht so schnell gecheckt hat, dass ich da weiter muss, dass ich da nicht komme. Wo steht denn hier schon wieder Feinden? Wollen wir denn hier Feinden da rum? Ähm, kommen wir da überhaupt hoch? Frage? Frage für den Freund! Äh, schau mal nicht. Okay, das ist, äh, blöd. Ja, das ist mir was, das hat doch nichts Näheres zu bedeuten, ey, das ist, die, die stehen einfach nur so rum. Bisschen Kohler als Soja. So, Gott. Ich hätte gerne mal wieder ein bisschen was, äh, das ist ein Dreier. Frage, wenn der dich nicht umbrechen könnte, könnte ich den. Oh, das war doch die, war es nicht, unwarfsichtig? Hör da! Feu da! Hör da! Hör da! Hör da! Hör da! Hör da! Äh, schüss, ich bin mal weg. Ich brauche mal ein bisschen... Hau ab von mir! Kommen wir ruhig her! Ich hab dich sowieso schon im Vis... Äh, so, weißt du was? Ich hab's... Ja, die Kurier, wir können nicht wieder Kurier, äh, fliehen. Aber dann brauchen wir uns nicht. Alles gut. Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Ja, deswegen habe ich ja gerade jetzt gesagt ich mache das jetzt in der neuen folge Die helfen Die sind doch nicht übel zum falschen Gebiet Ich fühl Beschäftigt sie Help me, dammit! Hala! Help me, dammit! Hala! Help me, dammit! Hala! 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 so da er sollte jetzt allerdings gefühlt die richtige schöne massenkeilerei ich wusste da gerade kurz raus nicht dass da irgendwie jetzt noch dankeschön meine freunde dankeschön für das wir die hilfe jetzt gerade das war super so haben wir um möglichkeiten so jetzt gucken mich da ja super ich glaube ich hoch jetzt das ist ein fucking dins ihr wisst was zu tun ist so bis vor jetzt irgendwas passiert autotot das wäre zu viel so jetzt haben wir mal ein bisschen luft gerade die vier habe ich mal kurz weg gekeilt du redest mal nicht weg hier mein freund komm her jetzt hier sehr schön dankeschön weil ich gebraucht so wachwert besser die schüler dieser schüsse hier der ist noch nicht mitgeschnitten der kollege der auch noch nicht der wird aber gleich jetzt bitte bereuen du bist ein bisschen betrunken mein freund da kann er sein so ein bisschen hilfe brauchen wir auf jeden fall hier sind die zwei die jüngste abschlachten weil hier gibt es doch irgendwas die ist die kiste genau ganz ganz vielen zwei von 13 18 das nur wegen dem schluss die gruppe weißt du ich will den mich da haben jetzt nicht da so muss ich da rein oder sind da hoch acht auf das gebäude sich da hochkommt das muss ich den punkt hinten wo ich hochkomme da gibt es doch schon dass auch hier ist jetzt diese kiste das war zufalle die welche hat immer nach und nach abgegangen aber jetzt tatsächlich war schon wieder nach wie komme ich da rein von der anderen seite oder des hauptes hauptes schwach sind also noch mehr machen aber ich muss jetzt mal da reinkommen wie komme ich da rein da muss doch irgendwo ein trick geben das ist doch eine wirklichkeit geben da muss irgendwo ein trick geben wie komme ich an das gebäude oder in das gebäude da muss ich doch reinkommen ich soll ich da rein wo ich da irgendwas holen baum oder baum vielleicht baum oder baum vielleicht da muss ich da hoch ne da du kannst halt wenn er sich da festhalten würde da muss ich sagen zumindest weiß ich okay das ding ist nicht außerhalb vom schuss 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 Wie komme ich denn da ran? Das ist so gut, dass außenrum, über die Felsen, das wäre eine Idee vielleicht. Die Frage ist, komme ich an die Felsen ran? Komme ich da oben hoch? Das wäre vielleicht eine Idee. Ich fange gerade ein. Ich fange mal kurz an. Ich fange mal kurz an. Das ist die Kiste. Da ist sie versteckt. Weil der Punkt ist ja nicht umsonst dort. Der muss ja... Irgendein leeres... Irgendein leeres Sinn noch. Wie komme ich da ran? Das ist eine große Frage. Kannst leider da nicht hochklettern, na? Das ist scheiße. Was? Das spiel mit Kiste, oder? Ja. diese teilweise nicht so gut versteckt die dinger es muss doch hier irgendwo eine möglichkeit geben ich hätte ich jetzt einmal außenrum breiten wenn diesen scheiß punkt zu kommen weil das gebäude die reinzukommen so weiter versuchen ja aber ob ich es hat da bin ich komplett aus vom schuss das wird zu viel so Oh, das sind Feine. So, tschüss. Bist du da jetzt mich ärgern oder was? Gute Nacht. Nein, da ist das Haupteingangstor, aber da muss ich doch irgendwo durchkommen. Ich habe leider von den Typen irgendeinen Schlüssel dafür. Das muss doch irgendwo eine Möglichkeit geben, reinzugehen in die Hintertür. Ich habe eine gute Linie. Bist du? 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 So. So. Drauf. Schlafeile. Bissakafeile. Okay. Äh. Das war jetzt nicht wahnsinnig. Sind wir weg. Ah. So. Gut. Aber. Falsch. Zur Hölle. Wo komme ich da ran? Das muss doch irgendwas... Ne. Das muss doch irgendwen ein Trick dahinter gehen. Oh. Über den Baum vielleicht? Ah. Ja. Nicht. Hm. So. Oh. Oh. Ich würde fragen, hat das mit dem Baum irgendwas zu tun? Dass ich da rüberkomme? Weil der steht ja da ein bisschen näher dran, ne? Da ist ja der Ass. Wenn ich da an den Ass dran kommen könnte... Könnte das vielleicht gehen? Na ja. Gucken wir mal so in der nächsten Folge. Versuchen wir es mal anzugucken. Ich weiß es rauszufinden. Es muss ein Weg rein gehen. Wollen wir das schaffen? Mal schauen. auf.